Hallo Freunde der Verführung! Es wird mal wieder Zeit für ein Unboxing. Und zwar steht ja demnächst die Messe in Erlangen an und wir warten noch auf einige Sachen. Zum einen auf unsere Zusatzkapitel-Comics und zum anderen ja noch auf was anderes. Mal gucken was wir hier haben. Besser brauche ich wohl gar nicht. Ok. Das schaut aus als wären es nicht die Comics aber etwas anderes. Was wir auch bestellt haben. Und zwar die Postkarten. Mit folgendem Motiv. Wie ihr seht eine kleine Auflage. Lasst mich lügen ich weiß gar nicht mehr wie viel ich bestellt habe. Aber würde es auf der Messe in Erlangen geben. Sichert euch eure Postkarte vom Nerd und seiner Körperbehaarung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.